Erfahrungspunkte, damit wir auch ein bisschen was in Geschicklichkeit packen können. Denn dann klappt das auch besser mit dem Schlösserknacken, oder? Ich glaube schon, also dann brechen die Dietrich nicht mehr so oft ab und das wäre schon hilfreich, weil sonst ist es ein bisschen verschwenderisch. Oh, guck mal, hier ein Feuerbogen. Hallo, wer bist du? Na, wie sieht's denn aus? Eine Wiese voller Schafe, ich steh daneben. Was vermutet man da? Du bist Schäfer. Richtig, mein Name ist Matteo. Wenn du ein Schaf oder ein Fell kaufen willst, bist du bei mir genau richtig. Wenn du nur reden willst, nicht. Du bist ganz schön gut ausgerüstet für einen Schafhörten. Ja, und das hat auch einen guten Grund. Man wird als Schäfer weder reich noch erfolgreich, wenn man nur mit einem Nachttempel kleidet und einem Knüppel bewaffnet ist. Wenn Wölfe versuchen, deine Schafe zu reißen, dann musst du ihnen das Fell über die Ohren ziehen können. Danach hängst du die Pferde zur Abschreckung nach draußen, wo die anderen Viecher sie sehen und riechen können. Damit deine Schafe sicher sind, müssen die Wölfe deinen verdammten Geruch kennen und leise winselnd das Weite suchen, sobald du in ihre Nähe kommst. Kannst du mir beibringen, Wölfen auch so viel Feuer unterm Arsch zu machen? Könnte ich, aber dazu fehlt mir die Geduld. Aber ich kann dir zeigen, wie du den Viechern das Fell abziehst. Zeig mir, wie ich Wölfen das Fell abziehe. Komm wieder, wenn du mehr Erfahrung hast. Mach ich. Verstehe. Bist du denn ein erfolgreicher Schäfer? Ich bin der Beste. Ich habe zwar nur noch ein paar Schafe, aber vor Jahren bin ich damit reich geworden. Ich könnte mir fast neben den dicken Bono auch eine Villa bauen, aber ich bin lieber hier draußen, bei Mann Schafen. Und falls du jetzt auf die Idee kommst, dem alten Schäfer sein Vermögen abzunehmen, dann ziehe ich dir das Fell über die Ohren, als ob du ein Wolf wärst. Keine Angst, das habe ich nicht vor. Nein, echt nicht? Hm. Wo hast du denn all diese Waffen her? Geld macht vieles möglich, Junge. Ich war früher eine Zeit lang oft auf Reisen und fern von hier gibt es deutlich bessere Waffenschmiede als hier, musst du wissen. Mein Bogen wurde von einem alten Meister hergestellt, der weit entfernt in den Bergen lebt. Auf einer weiteren Reise in die Wüste habe ich ihn mir dann von einem Magier mit der ewigen Flamme verbessern lassen. Ich sag dir, dem guten Stück hält nicht viel Stand. Das glaube ich gern. Gibt es hier in der Gegend denn auch eine Möglichkeit, an solch eine besondere Waffe zu kommen? Hahaha, nein, auf keinen Fall. Diese Gegend ist nicht gerade berühmt für ihre Waffenschmiede. Nichts gegen den guten Hanke, aber... Ach, äh, Moment. Es gibt eine Legende von einem verfluchten Piratenschatz. Eine Klinge, in der die Strahlen des Mondes gefangen sind. Mhm. Das klingt sehr interessant. Wo befindet sich denn dieses wunderbare Schwert? Nun, die Legende besagt, dass es einem großen Piraten gehörte, welcher in dieser Gegend sein Unwesen trieb. Vor allem soll er aber als Schmuggler bekannt geworden sein. Wie auch immer. Er versteckte sich in einer Höhle, die auch vom Meer her erreichbar war. Ich denke, nach so einer Höhle solltest du Ausschau halten. Zumindest, wenn es dir wirklich ernst ist, die Waffe zu suchen. Klingt interessant. Die Sache hat doch sicher einen Haken, oder? Allerdings, der Schmuggler legte sich mit dem Falschen an. Ha, er raubte ein Schiff eines sehr wohlhabenden Magiers aus. Dieser, so die Legende, schickte ein zweites auf genau der gleichen Route, was natürlich wieder gekapert wurde. Doch an Bord befand sich diese verhexte Klinge. Sie verwandelte die ganze Mannschaft in Untote und band die Mannschaft an sich, unfähig die Klinge zu berühren. Falls an der Legende wirklich was dran ist, musst du dich mit denen wohl auseinandersetzen. Hm, okay. Hört sich gut an. Was bewirken die Kräfte des Mondes? Die Legende berichtet von einer Klinge außergewöhnlicher Scharfe und Qualität. Sie soll fast alles ohne irgendwelche Probleme durchdringen. Aber was noch viel wichtiger ist, angeblich ist sie mit einem Zauber belegt, der den Gegner den kalten Strahlen des Mondes aussetzt und so für kurze Zeit seine Glieder gefrieren lässt. Ob an der Geschichte jedoch was dran ist, kann ich dir leider nicht sagen. Hm. Danke, dass du mir davon erzählt hast. Ich werde mir überlegen, ob ich diese Legende auf den Grund gehen werde. Das gefällt mir, Junge. Du erinnerst mich an meine eigene Jugend. Aber wenn du die Klinge tatsächlich finden solltest, würde ich sie dir sicher gerne abkaufen. Über den Preis können wir ja dann später noch verhandeln. Und wenn du das nicht willst, dann zeig sie mir doch bitte wenigstens einmal. Ich bin immer sehr interessiert an so besonderen Waffen. Kein Problem, Matteo. Immerhin wüsste ich ohne dich gar nichts von der Sache. So. Ja, ein Schaf wollen wir nicht kaufen. Das brauchen wir eher weniger. Ähm. Oh. 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 Ein Mistilieniger. Da ist nichts zu holen. Zusammen sind wir jetzt auf dem Kolibri losgegangen. Auf dem kleinen, unschuldigen Vogel, der sich nicht wehren kann. Das ist ja auch sehr toll. Nach Remba zum neuen Leuchtturm. So, wir legen uns natürlich erstmal mit den Feldräubern an. Das ist einer. Hier ist eine Hacke. Ach, es sind sogar zwei. Und dann gucken wir, ob wir das schon hinkriegen. Ach, es sind Junge. So. Nichts zu holen. Ging doch. Jetzt müssen wir aber noch das Feld hier durchsuchen. Aha. Nummeriertes, rostiges Schwert. Genau mit den Lieferproblemen da. Wegen dem Rogan. So, hier haben wir noch einen Schädel. Und noch einiges anderes, was hier so rumliegt. Was liegt hier denn sonst noch alles rum? Danke, dass du die Feldräuber auf dem Feld vertrieben hast. Kein Problem. Ach, deshalb hast du eine Pause eingelegt. Hm. Könnte man so sagen. Warum bist du nicht einfach zu den Wachen gegangen? Die Wachen? Von denen würde ich doch dann nur dumme Kommentare ernten und die Viecher wären immer noch da. Die sind die letzten, die ich nach Hilfe fragen würde. Kann ich dir vielleicht sonst irgendwie helfen? Also da du hier nicht auf dem Feld arbeiten willst, kannst du ja für mich zu Carola gehen und mir ein Wasser holen. Ich verwurrste sonst hier noch. Du musst wissen, die Arbeit hier ist verdammt anstrengend. Ich kann dir auch gleich eins von mir geben. Nee, lass mal. Hol mir lieber eins von Carola. Ist jetzt nichts gegen dich, aber sie macht für mich immer noch meine Medizin mit rein. Okay, ich hol dir dein Wasser. Ich danke dir. Moment, da war noch was? Was ist das denn für eine Medizin? Ach, nur für meine alten Müdenknochen nichts Besonderes. Sie verleiht mir einfach mehr Kraft bei der Arbeit. Klingt gut. Hat Carola davon noch mehr? Sicherlich. Frag sie doch einfach mal danach. Okay, mach ich mal bei Gelegenheit. Gut, dann kommen jetzt die einfachen Aufgaben. Erstmal, weil eigentlich ist ja am Anfang immer so, dass die Aufgaben relativ simpel sind und auch nicht gerade lang dauern. Oh, da war was. Ah, ist zu rauchen. Naja, auf jeden Fall. Aber hier sind die Anfangsaufgaben schon teilweise wirklich kompliziert. Das ist schon. Also die Ausrauben, ne. Da mit Rogan und Ortolf und so. Aber egal. Darum kümmern wir uns auch noch und so schweiß es ja auch nicht. Ich soll Henry sein Wasser bringen. Ja? Bist ein guter Kerl, dass du ihm ein wenig unter die Arme greifst. Hier hast du es. Einfach so? Du willst keinen Gold sehen? Nein. Henry und ich kennen uns gut. Er braucht bei mir nicht zu bezahlen. Okay, dann mal wieder zu ihm, um ihm das Wasser zu geben. Kannst du mir auch solches Wasser geben? Warum denn das? Bist du krank? Nein, aber Henry sagte, dass diese Medizin im Wasser stark macht. Das stimmt schon. Allerdings bringt sie für gesunde Menschen Nachteile mit sich. Dein Körper muss sich erst daran gewöhnen. Jemand wie dich würde diese Medizin also anfangs schwächen. Aber sobald sich dein Körper daran gewöhnt hat, stärken. Na gut, kannst du mir nun etwas davon geben? Wenn du willst, verkaufe ich dir eine Flasche für 50 Gold. Okay, das wäre nett. Danke. Aber die kaufen wir natürlich noch nicht, denn wir brauchen das Geld ja noch für die Waffe für Ortolf. Ne? Hat er uns ja 700 gegeben. Deswegen müssen wir das als erstes erledigen. Wo ist denn Henry? Hä? Wo ist denn der? Verdammt, wo ist denn Henry hin? Ich sollte mal Piero oder Matteo fragen, ob sie gesehen haben, wo er hingegangen ist. Okay, können wir machen. Können wir erst mal abspeichern. Also, wo ist er denn hin? Weißt du, wo Henry ist? Also, auf dem Feld ist er ja schon mal nicht. Das sehe ich auch. Hast du gesehen, wo er hingegangen ist? Ähm, ich hatte gerade mal eine kleine Pause gemacht und war für kleine Schattenläufe, wenn du verstehst, was ich meine. Aber jetzt, wo du es sagst? Wo ist denn mein zweiter Kollege, Derek, hin? Naja, die tauchen schon alle wieder auf. Hoffe ich zumindest. Na gut, dann störe ich dich mal lieber nicht länger bei deiner wichtigen Arbeit. Pass aber das nächste Mal besser auf. Halt jetzt bloß die Klappe, oder es knallt. Bin hier schon weg. Stimmt, der andere, die andere Wache ist auch weg. Was ist denn hier los? Nein, bisher noch nicht. Arme Henry. Hast du Henry gesehen? Ja, verdammt. Es ging alles so schnell. Ich wollte helfen, aber... Ganz ruhig. Was ist passiert? Ein Rudelwölfer hatte sich angeschlichen und ihn angegriffen. Ich hab natürlich sofort mal einen Bogen gezogen und sie unter Beschuss genommen, aber... zerrten Henry weg. Wo sind sie hin? Ich weiß nicht. Ich wollte sie verfolgen, allerdings stürzte ich und verletzte mir den Knöchel. Wie sollte es auch anders sein? Eine der Torwachen ist ihnen allerdings gefolgt. Ich konnte nur sehen, wie die Wache in Richtung der Höhle da vorne lief, aber sie ist bisher auch noch nicht zurückgekehrt. Das klingt ja gut. Naja, ich versuche die Wache mal aufzuspüren. Hm. Ja, das war's wohl mit der Hilfe für Henry. Also hier ist ja schon was los, ne? Muss man ja sagen. Ich wollte aber allerdings noch kurz was anderes erledigen, und zwar wegen Ortolf. Wegen seinem Lieferantenproblem, oder wie das auch immer heißt. Ja, Lieferprobleme. Aber gucken wir erstmal, was wir dabei haben. Komisch, in das Schwert ist eine Nummer eingraviert, und dann ein rostiges Schwert. Ja, gut, äh, nur höhere Anforderungen, das bringt's ja total. Nein, bisher noch nicht. Ich wollte mir aber nachher gleich eine Schüssel von ihr holen. Ich habe ein Schwert auf dem Feld gefunden, er ist zwar total verrostet, aber man kann noch eine eingravierte Nummer erkennen. Hier, wirf mal einen Blick drauf. So, eine Nummer also. Solche Numen verwendet man in der Regel, wenn man größere Mengen des gleichen Modells liefert, um den Überblick zu beschalten. Eine Waffenlieferung weist natürlich auf Bruch gar nicht hin. Aber der hat doch eigentlich Hanker. Also warum sollte er von irgendwo außerhalb Waffen beziehen? Hm, sehr merkwürdig. Aber könnte das Schwert nicht einfach so schon eine Weile dort liegen? Nein, das bezweifle ich. Wenn es schon länger dort liegen würde, hätte Henry es sicher auch schon gefunden. Immerhin arbeitet er fast jeden Tag dort. Wahrscheinlich wäre dieser Idiot sogar einfach hineingetreten und hätte sich den Fuß abgeschnitten. Und innerhalb von einer Woche verrostet das so sehr? Da muss es aber ein sehr billiges Material sein. Hm, du bist verdammt scharf, Sinnig, Bursche. Selbst bei dem beschießensten Stahl sollte es nach einer Woche nicht derart durchgerostet sein. Da hast du recht. Wenn du mich verwerbst, sieht das eher nach einer unsachgemäßen Lagerung aus. Richtig. Schließlich lager niemand eine Kiste voller Waffen im Wasser. Das stimmt. Aber so blöd müssten sie ja gar nicht sein. Es reicht, wenn die Waffen irgendwo gelagert werden, wo viel Wasser in der Luft ist. Eine hohe Luftfeuchtigkeit. Feiner Wasserdampf. Oder spritzende Gischt. Irgend so etwas halt. Wenn dir eine solche Stelle hier in der Gegend einfällt, solltest du dort einmal nachsehen. Das Schwert behalte ich erst einmal. Es wird einfach mal wieder Zeit, dass der Schiff hier am Hafen anziehen. Bring mir was bei. Oder warte. Oder sagen wir mal 5 auf Geschicklichkeit und 2 auf Stärke. Ich glaube Geschicklichkeit ist ein bisschen besser. Bursche, du bist schon um einiges stärker geworden. Ja. Sehr gut. Wie geschickter du wirst, umso besser kannst du auch mit dem Bogen treffen. Ja, ja, ich weiß. Bin nicht dumm. Bin nicht dumm. Papa. Ein Radio. Babyin. Wie sch Catuttmen. Wie schande noch mal. Wie sch наконец die Sache.